Guten Morgen zum neuen Erfrischen Erotisch Geil Video Ihr Kleinen likenen und Followern und Abonnieren und was auch immer tun Jetzt alle mal ein Follow da lassen, erstmal vernünftig nochmal Guten Morgen zum neuen Erfrischen Erotisch Geil Video Heute war eine kleine, aber schnelle, kurze Relation, weil ich hab den ganzen Bumpf schon mal aufgenommen Aber dann meinte, UBS Auge zu machen und dann war ich immer so abgeackt und konnte nix machen Weil Schwell wird dumm und ich bin gebumst So, deswegen, ich habe mir Schuhe bei Nike bestellt Ich hab alles nachgeguckt, Adidas, Madidas, Schnadidas, Nike, Nike, Jones, Mons, New Balance, Stellens Alles fünf angeguckt, war nix geiles Ich mir dann bei Nike endlich Schuhe rausgesucht, die gut aussahen Die dann in der 42. Halb bestellt Ich hab eine 42, die kam vier, fünf Tage später an Aber die Bestellung war auch schon ne Tour Ich konnte mit meinem Konto nicht bestellen Ging einfach nicht, war ein Bug, in der Matrix Denn Kreditkarte bestellt Wie kam denn hier an? Ich dimm meine Flossen rein, ich hab nicht die größten Hände So, und das Schuh war schon relativ eng Aber ja noch nicht schlimm Ich dimm versucht halt mit dem Fuß rein und das hat einfach gar nicht funktioniert Das hat gar nicht funktioniert Ich dimm sauer gewesen Wirklich sauer Ja, ähm, und dann den herauf folgenden Tag Ich glaub so den Tag, den gleichen Tag In drei Schuhcentern gewesen Einmal Schuhcenter Einmal Steffens, Meffens und einmal Deichmann Schuhcenter war absolut graus, da waren nach Größen sortiert Da waren nur Scheißschuhe, alles Trotze Also falls ihr sowas habt, da fühl ich gar nicht Steffens, damals, vor zwei, drei Jahren Riesenregal voller Schuhe gehabt Der hetzte, also wirklich Da gab's für jeden Typen Mensch, für jede Altersgruppe, für jegliche Scheiße Schuhe Jetzt haben sie drei Regale Und die Hälfte davon sind mit Schuhen, die absolut scheiße aussehen Und die keine Sau kennt Sauer Denn, zum Deichmann gesteppt Da hatten sie endlich mal Schuhe, die ich auch anprobieren konnte Ja, waren auch eher Scheißschuhe Also langweilig von der Optik her Und die 45 Hat mir gerade so gepasst Ich denke mir, ich hab nur die 42 Es kann doch keine drei Schuhgrößen ausleihen Das funktioniert nicht, das ist ein Bug Ja Ist es auch Weil die kleinen Kinder, die jetzt irgendwie nähen Die nähen mittlerweile anders Keine Ahnung Material spart nicht mehr so viel Platz in den Schuhen Keine Ahnung, bin sauer Ähm, jetzt wohl am Dienstag noch nach Bremenhaven Da gibt's einen coolen Schuhsetter Mal gucken, vielleicht gibt's da ja Nassen Schuhe Aber ich muss jetzt meine, die ich bestellt hab Erstmal wieder zurück Und wie machen wir das? Mit einem Ritouren-Schein Auch in Fachkreisen Hurenschein genannt Ich muss so einen kleinen dreckigen Muchtzell jetzt ausfüllen Dann darf ich zu Hermes nach Griechenland zum Götterboten rennen Aka die Post in Deutschland Huch So Und muss das so abgeben Und wenn ich Pech hab, muss ich dafür auch nochmal zahlen Bin maximal gebrochen Ich werde mir nie wieder Hier habt ihr Softball Nie wieder Schuhe in real life bestellen In real life bestellen Gut, Digga Wir haben schon reingehauen an der Stelle Schuhe in real life bestellen Die Logo kick, Digga Aber das bleibt hier ein One-Take, Digga So, ich werde mir nie wieder Schuhe im Internet bestellen Hat sich für mich Das ist eine Bodenlosigkeit Bei Klamotten Hose L T-Shirt ATC Das passt mal alles Aber das ist eine Bodenlosigkeit Sag ich hier so wie es ist Aber Bodenlos ist auch Dass ich so inaktiv fahr Ich würde aber auch nicht sagen, dass der Raum was sein Dann würde So Dann würde ich sagen Wir haben schon reingehauen Macht es gut Macht es nicht besser Was weiß ich Einer tut nicht das Was ich nicht tun Auch würde Entschuldigt mich aber richtig Digga Jetzt dreht sich So Nochmal Wir haben schon reingehauen Macht nicht das Was ich nicht auch machen würde Und dann würde ich sagen Tschö